Mein liebstes Auto ist immer noch dieser Monteverdi Highspeed 375L, wo selbe Zeit, wo dieser hergestellt worden war, das luxuriöste Auto war. Es hatte selbe Zeit Automat, Lenkhilfe, Klimaanlage, was all diese Sportwagen, oder die eleganten Sportwagen noch nicht hatten. A priori, es wurde immer noch vorhanden, weil wenn eine Person sehr speziell, die dich vorbeigeht, hat ein Traum, oder? Und du kannst ihm das Traum nicht zeigen, indem du dir etwas schon gemacht hast. Das ist nicht sein Traum, sondern das Traum eines anderen. Spannende Musik Manche Kontonen Angeln Monat ist immer noch eine Autorität der Haare. Sie bezahlt werden, aber es ist nicht fair. Es gibt immer noch nicht mehr Ausstattungen. Manche Kontonen sind in der Schweiz. Manche Kontonen sind in der Schweiz. Manche Kontonen sind nicht mehr für Fuel. Manche Kontonen sind für die Fahrräder. Du bist auch nicht mehr für die Fahrräder. So, we just met the Opel Ampere A. We got everything we should know about it. The capacity of the battery, the length of the vehicle. So, we can swivel the seats to get in more easy. So, and you would find seats like you have in your home. It's like a sidebar, the television in front of you. We have a highly sophisticated audio system, 48 speakers in the car, 24 channels. 1000 watt of output. So, it's really an outstanding experience to drive in this car.